Hallo und herzlich willkommen zurück zu Sky Factory 3. So, wir werden nochmal ein paar neue Welten ausprobieren, weil mir ja gesagt wurde, das ist eine Dimendit, was ich besitze. Die Or-Generation ist, äh, yeah. Deswegen gucken wir mal. Also, äh, Hugh Drops, nein, ähm, das ist hier unten. Äh, Or-Gen. Es heißt Or-Gen. Oh mein Gott. Und, Or-Gen heißt Or-Gen. Oh, es freut mich so, es freut mich so. Freu, 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 freu. Äh, okay. Rarity 0? Ernsthaft? Okay. Gut, ähm. Dann wollen wir das, äh, Gerät mal hier wieder... Äh, okay, ne, Desert Temples hat jetzt so gar nichts gebracht. Könnten wir das mal wieder rausnehmen, weil wir ja auch keinen gefunden haben. Nee, ich hab ja wieder rumgeflogen. Ähm, wobei, ich bin gar nicht rumgeflogen. Äh. Oh, ein Pick. Achso, das muss raus. Äh, Huge Liquids Orbs kommt auch wieder raus. Dafür nehmen wir nochmal die Huge Orbs. Ähm. Also, einmal das, das und das. Zusammen geht das, ja, ne? Ähm. Das Liquid Dingens kommt weg. Das wollen wir nicht mehr. Ich hab noch einen zweiten Dislocator gebaut, falls er mal leer geht. Ähm. So, okay. Okay, das sieht doch soweit ganz gut aus. Wir probieren das mal. 1.800 und 112. Das ist ja eigentlich so gut wie nix. Wir gucken mal, ob das funktioniert. Ähm. Ach Gott, äh, die Dinger stehen so vollkommen in der falschen Reihenfolge irgendwie. Äh, gut. Erstmal createn. Und dann gucken wir mal, ob wir, wenn wir vielleicht noch etwas Cooles da finden, können wir das nochmal testen. Ansonsten würde ich sagen, hoppala, ich mach mal langsam mal Schluss. Wobei es super witzig ist, hier durch die verschiedenen Welten zu düsen und zu gucken, was es hier so alles gibt. Was gibt eigentlich alles an Effekten? Ich glaub, das kann ich hier gar nicht einsehen, oder? Kann ich, aber das kann ich hier. Hier, na, hier. Nein, da. Effekt... Nee, ähm. Wie heißt du? Ähm, wie heißt du denn, ähm? Feature. Gut. Feature. Also so viel gibt es gar nicht. Dance Caves, ja, das bringt mir nichts, weil ich keine echten Welten kriege. Lakes bringt mir auch nichts, weil ich keine Welten kriege. Huge Orbs haben wir bereits. Huge Orbs haben wir auch. Liquid Orbs ist das Ganze nur ein kleiner. Ähm, Clean heißt einfach nichts, aber das haben wir sowieso. Maze geht, glaub ich, auch nicht. No Dimlet Buildings. Ähm, das ist, ja, Non ist Orbs. Origin, machen wir gerade. Pyramiden. Äh. Ravines. Ich glaube, das ist auch irgendwelche, irgendwelche Aufbauten. Was ist eigentlich Tendrils? Shallow Ocean? Ja, okay, ist... Was ist Tendrils? Das weiß ich gar nicht. Naja, gut. Äh, sind wir fertig? Wir sind fertig. Wir können uns dialen. Dial it, Baby. Dimension 10. Bio. Okay. Du kommst in die Hand. Für den Fall der Falle. Mhm. Oh, krass. Oh, oh, hauaha. Oh, oh, ah, 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 ah. Oh, oh, oh. Oh, okay. Blazes. Okay. Blazes ist hell. Hell. Dingens. Das sind Algenblöcke. Das ist keine Orgen. Das ist Blockgen. Meine Freunde. Und wir haben hell. Das sind ganz viel Blazes. Äh, Blazes. Also, Blazes hat. Und wir haben Nacht. Das ist heftig. Es ist extrem heftig. Hm. Holy moly. Oh Gott, können wir hier rein, ohne umgebracht zu werden? Ich weiß noch nicht so genau. Äh, äh. Lass mich hier rein. Lass mich hier rein. Äh, äh. Wow, die gehen ab. Wenn ich jetzt auch hier so rein, so buddel so. Und dann einfach mal. Wo ist mein Magnet? Äh, da ist mein Magnet. Ne, mein Magnet. Wo ist mein Magnet? Magnet! Wo ist mein Magnet? Ach da! Mein Gott, ich doof. Äh, ja. Okay, dann. Komm mal zurück. Tschüssi! Hahaha. Okay, also. Ähm. Wir haben gigantisiöse Eisenblock-Orbs. Lief ich nicht unbedingt rein. Könntest du dich mal hier unten reinbuddeln? Da hinten ist noch so ein Ding. Uhuhu. Das ist heftig. Davon ist da noch so ein Teil. Oh. Ja. Bleib schön draußen, mein Freund. Schnauze! Die sind laut. Mob. Slime. Cool. Und in die Richtung ging es weiter. Oh, da sind meine Tempel. Haha. So, erstmal hier noch das Ding abgrasen. Dann gucken wir uns den Tempel an. Haha, wie geil. Das ist eine coole Dimension. Die gefällt mir. Oh, scheiße! Voll erschrocken. Orbs. Ah, noch kleine Orbs. Okay. Schade. Ich dachte, das ist etwas Größeres. Nun denn. Weg damit. So, okay. Mein Tempel war... Compressed Creeper. Wo war mein Tempel? Tempel, Tempel, Tempel. Dort. Ach, wie witzig. Guck mal. Der Arsch hängt hier raus. Das ist ja... Blöd für den Tempel. Okay, wir haben sowas hier. Oh, ein Stab. Swapping Wand. Wie schön. Ein... Oh, Capturing Wand. Sehr cool. Drill Core. Okay. Warum nicht. Und ein Eliminate. Oh, ist ja ziemlich cool, was hier so alles drin ist in diesen Dingern. Enchanting Bookman-Ding. Auch nett. Cool. Gute Sachen gibt es hier. Das gefällt mir. So, das kommt erst mal alles weg. Zack, 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 zack. Okay, cool. Cool, 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 cool. Ich bin begeistert. Ist grad Tag? Ja, es sieht ziemlich tagig aus. Ich würde so gern einmal hier rein, wenn ich mein. Oh, es tut so gut. Oh Gott, das fühlt sich toll an, Freunde. Es fühlt sich toll an. Oh. Das ist so geil. Nur schade ist halt, dass man quasi... Obwohl, wenn ich... Oh mein Gott, wenn ich jetzt aus Draconium kriegen würde. Das wäre richtig heftig. Eisenblöcke für Daisy. Wir können uns Dimensionen aus Eisenblöcken bauen. Alter Schawedel. Ich will doch mal so einen coolen Tempel kriegen, bitte. Da vorne ist noch ein Haus. Ist hier die Glowstone-Antenne. Da vorne ist noch irgendwas anderes. Was ist das? Moment, warte mal ganz kurz. So, ein Tempel. Was ist das? Und warum... Ach so. Eine Ecke guckt da raus. Ich wollte schon sagen, warum guckt da ein Ding raus? Mhm. So, dann war... Oh Gott, ähm... Wo habe ich es gerade mal gesehen? Da vorne? Ich muss sagen, das ist schon ziemlich spannend. Auch wenn es gerade irgendwie immer das Gleiche ist, weil wir ja eigentlich immer nur dasselbe finden. Aber ich finde es trotzdem spannend. Was ist gerade... Ne, erinnert sich zwei. Verdammt. Na ja, gut. Eisenblöcke müssen wir jetzt immer machen. Wir haben jetzt Eisenblöcke. Was ich unglaublich witzig finde. Wir wollten eine Eisenblock-Dimension machen. Was kriegen wir eine Eisenblock-Dimension? Ah, sehr cool. Da ist ein weiterer Tempel. Noch so ein Gerät. Ups. Lass mich rein, lass mich rein. Weather. No rain. Thistlestone. Small moon. So, kann ich mich direkt mal hier unten rein? Knubbeln. Warum brennt es denn hier? Perfekt. Oh, moving one. Und, mhm. Sind irgendwo extrem viel... Oh Gott. Oh Gott. Illuminating Wand. Die lustigen Dinger. Ähm. Habe ich schon. Den Wand. Das kann ruhig hier bleiben. Okay, ist auch egal. Äh. Noch ein Lotus. Oh, eins, das ist ein Traveling. Wo davon habe ich, glaube ich, drei Stück, weil die gejoggt sind in Lootboxen, meine ich. Da ist noch so ein Gerät. Sehr schön. Das kann man aber echt viel Zeugs bekommen. Der Wahnsinn. Es ist so cool. Voran. Meine Güte, meine Güte. Was ist das? Oh, noch mehr? Okay, cool. Die sind auch hier, also die Knöchlein. Hier hinten ist ein anderes Biom. Deswegen will ich jetzt noch die Knochen kriegen. Cool. Da ist natürlich noch so ein Greit. Ja, lass mich da rein. Okay. Talk. Warum hört sich TNT eigentlich an wie Gras? Was abbauen angeht. Das verstehe ich nicht. So. Allihop. Was toll ist noch? Ein Kopf. Mein Kopf. Gut. Dankeschön. Featherfalling. Sehr schön. Also wenn man das am Anfang finden würde, wäre das schon richtig krass. Aber wie gesagt, so schnell kommt man hier nicht hin. Aber dann hat man auf jeden Fall für immer und ewig Ressourcen. Da ist noch ein Tempel direkt. Meine Güte. Ah, wieder ein angeklabberter. Sehr schön. Für mich brauche ich weniger Buddeln. Oh, voll. Oh, voll. Äh. Ganz voll. Ähm. Das bleibt alles hier. Das kommt alles mit. Das kommt mit. So. So. Jep, jep, jep. Jep, jep, jep. Ich hing fest. So. Da wollte ich noch eben kurz einmal reinschnuppern. Hallo, Mr. Zombie. Gehen fort. Ich glaube, das bleibt hier. Wo, jemand? Ah, Moving Ones. Mehr davon. Mehr Lotus. Oh, Overgrowth Seed. Das ist nice. Thorns. Cool. Sehr, sehr cool. Okay. Soll erstmal reichen. Ja. Ab nach Haus. Das war aufregend. Hui. Schön. Schön, schön. So, das darf weg. Die Demlitz dürfen auch weg. Eisenblöcke. Oh, Mann. Es ist grandios. Ohne Witz. Es ist mega grandios. Mhm. Ähm. Aufräumen. Jep. Okay. Okay. Oh Gott. Was ein Chaos. Was ein Chaos. So. Das kommt weg. Weg, 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 weg. Dippe, 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 dippe. Schwubbidi, wubbidi. Mhm. Lustigen Ones. Das, das, das. Und noch mehr Ones. Ludus. Dies, das und jenes. Mhm. Mh. So. Dimmlitz, Dimmlitz. Oh, was war das? Ach, können wir gleich gucken. So. Power 3? Nein. Hm. Schade. Hätte ja sein können. Nun gut. Also. Was haben wir noch gekriegt? Dimm. Dimmlitz. Ähm. Skidat. Desert Tempels. Die kennen wir doch schon. Die haben wir doch drin. Schade. Nix Neues. Ähm. Das gehört ja aber nicht rein. Das auch nicht. Huge Orbs. Orbs. Vulcanos. Die müssten wir eigentlich noch testen. Mhm. Gut, dann. Kommst du mal wieder her? Mein Freund und Kupfersteche. Extract. Desert Tempels kommen raus. Dafür kommt rein Vulcanos. Huge Orbs. Orgen. Ja. Ähm. Die Huge Orbs ersetzen wir durch. Ähm. Durch Orbs vielleicht? Einfach kleine Erbschen. Huge Orbs. Ähm. Feature. Huge Orbs. Orbs. Nimm mal nur die Orbs. Mal gucken, wie sie denn noch sehen. Ops. Orgen. Vulcanos. Äh. Was kann man da noch reinpacken? Was haben wir denn noch so? Mobs? Wie wäre es mit Mobs? Mobs. Ähm. Snowman Slime. Ghast. Äh. Kao. Gut. Wir nehmen mal die Slimes. Ähm. Mega Tiger. Ist eigentlich egal, was wir da nehmen. Sky. Red Claws. Komm hier. Das klingt doch lustig. Heart Rain. Nee. Ähm. Liquid Dimmit. Okay. Night Vision. Oh. Hunger. Half Boost. Flight. Oh. Was? Ernsthaft? So was gibt es? Das ist ja heftig. Man kann. Es gibt. Woo. Cool. Okay. Hell. I don't know. Nur mal hell. Nur mal hell. Warum nicht? Wir können mal testen hier. Bisschen was durchtesten. So. Irgendwas zuerst. Slimes. Das ist als jenes. Store. 2000 RF pro Tick beim Generieren. Das ist okay. Ach ja. Komm hier. War noch viel gespeichert irgendwie. Läuft bei uns. Läuft mein Reaktor? Ja ne. Du solltest laufen. Ja du läufst auf Hochtouren. Du bist voll. Du bist voll. Ich weiß ja was. Dann können wir das mal auch wieder ausmachen. Ist eigentlich vollkommen wurscht. Ohne Witz. Egal. Gut. So. Reicht. Ist ja auch egal. Okay. Oh. Ähm. Oh. Oh. Sorry. Sorry. Du und Dimension 11. Da jo. Okay. Ich trau dem Braten nicht. Deswegen. Okay. Äh. Los geht's. Ich bin sehr gespannt. Äh. Oh. Schade. Keine Erze. Gar keine Erze. Und niedliche kleine Orbs. Oh ja. Das sind Enderman. Äh. Pigman. Entschuldigung. Enderman. Neverman wäre es. Das ist aber richtig gewesen. Oh. Kein Orgen. Oh. Oder gibt es vielleicht vereinzelt. Ähm. Dingens. Es ist Nacht auf jeden Fall. Und wir haben gar kein... Oh. Doch. Da ist der Mond. Wir haben keine Sonne. Ups. Gut. Dann eben keine Sonne. Wer braucht schon Sonne? Niemand. Niemand braucht Sonne. Was hatte ich noch? Volcanoes, ne? Ja. Volcanoes. Oh. Ein Dschungeltempel. Du bist aber kein Volcano. Äh. Hello. Oh. Das ist doch lächerlich hier. Aha. Sehr gut. Gut. Es gibt also... Dschungeltempels. So. Ich würde sagen... Tatsache. Hatte ich nicht gesagt Volcanoes? Nein. Ist auch egal. Gut. Jetzt haben wir Dschungeltempel in der Höllen... Höllen... Äh. Dimension. Und äh. Ja. Da sind wir Nethercruise-Chickens. Die habe ich übrigens auch gefangen gehabt. Was gibt es hier so? Aha. Nicht ganz so coole Sachen. Aber auch irgendwie ziemlich cool. Auch wenn es keine Orte ist. So wirklich. Habe ich auch den reingepackt? Ich bin mir gar nicht mehr ganz so sicher. Ich bin mir nicht mehr so sicher. Egal. Das ist doch auf jeden Fall eine sehr... knuffige Dimension. Ich würde sagen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und bis zum nächsten Mal. Tschüssi. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020